Willkommen zurück zu The Binding of Isaac Repentance. Wir haben einen Jacob und Esau Moment an diesem Montag und Curse of the Labyrinth trifft sich eigentlich ganz gut, wenn wir so schnell wie möglich den Bossraum finden, beziehungsweise die beiden Itemräume. So. Da haben wir einen Trinket. Ziel von diesem Run ist es tatsächlich in erster Linie zum Boss Rush zu kommen. So, was bedeutet, ich muss gucken, dass wir gute Items bekommen bis dahin. Ähm, vielleicht, lass mich mal überlegen, es ist vielleicht besser und einfacher, wenn wir erstmal den Shop suchen, vielleicht sind da die Golden Options drin. Das wäre so der Way to go. So, ja, lass mich mal, lass mich mal eben gucken, ob wir was finden. Mach du mal bitte die Kacke kaputt. Du hast die, äh... Pertified Poop. So, und jetzt gehst du wieder vor. Sehr schön, da ist der Shop. Lass mich mal kurz schauen. Das sind keine goldenen Options. Aber, ein Starter Deck. Ja, jetzt haben wir nur noch Pillen, äh, nur noch Karten. The World würde ich gerne einmal direkt einsetzen. So. Ich spreng einmal hier. Okay, dann mal auf zu den Itemräumen und dann auf zu den Bossräumen. Was natürlich gut ist, ist, dass wir... Ja, es ist able, ist egal, mit wem ich das mitnehme. Was natürlich gut ist, ist, dass wir... Wow. Na, komm. Ist, dass wir eine XL-Ebene haben und dadurch auch sehr viel Zeit sparen. Würde ich sagen, wenn wir gute Items bekämen. Was obviously nicht der Fall ist. So. Gut, müssen wir zerstören. So geht du vor, du hast mehr Leben. Okay. Boah, ich hasse es. Ich hasse es. Vor allem, wenn diese Troll-Bombe dann zwischen zwei Charactern ist. Au. Fuck off. Ich werde zwischenzeitlich sehr ruhig sein in diesem Run, weil mich, Jacob und Isao mehr Konzentration kosten werden, als es Lost jemals tun wird. Nimm du das mal mit, das Boneheart. Jetzt fühle ich mich nämlich ein bisschen sicherer. Let's go. Widow. So. Das ist eine beschissene Widow. Das ist nämlich die schnelle Widow. Und jetzt gib mir bitte einfach ein cooles Item. Irgendein Tearsub, ein Speed-Up, ein Speed-Up nicht. Warum, warum ist das bei mir immer ein HP-Down? Also es gibt ja keine Ausnahme aktuell. Es ist ja immer ein HP-Down bei mir. Scheiße. Scheiße. Genau das wollte ich nicht. Genau das wollte ich vermeiden. Egal. Komm, wenn ich sterbe, sterbe ich. Dann fangen wir halt nochmal an. So. Man merkt, dass mich Jacob und Isao ein bisschen triggert. So. Quase. Aber das dürfen die beiden auch. Das sind nämlich Arschkrampen. Aber mein Damage ist relativ gut. Okay. Er hat mir geholfen, ihn zu treffen. Ich brauche jetzt dringend Leben, Leute. Die Sache ist, ich brauche dringend Leben. Das war knapp. Aber ich kriege nur Schlüssel. Hier ist kein Tinted Rock. Okay. Let's go. Nicht explodieren. Gott, das war so close gerade, ne? Irgendwas lebt hier noch? Hier. Irgendwas lebt hier noch? Hier. Okay, was haben wir hier? Ein Segen für die Götter haben wir hier. Und ein Schlüssel, den ich gerne hätte. Wir haben eine 75% Deal Chance. Na, 72,5. So. Hier haben wir den Boss. Und hier kriegen wir ein blaues Herz. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut für, ähm, Isau. Nimm das bitte mal mit. So, jetzt sieht es doch schon mal ein bisschen besser und angenehmer aus. Ich muss erst den, ich muss erst den, 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 den Dings finden. Den Itemraum. Ich muss definitiv erst den Itemraum finden. Okay, wir müssen hier ein bisschen mit Telekinesis arbeiten, tatsächlich. Was ist hier drin? Ich würd's gern tun. Au, oh shit. Okay. Ja, Telekinesis ist tatsächlich ein sehr geiles Item, wenn wir mal ehrlich sind. Wenn jetzt hier nur Spinnen rauskommen, kotze ich aber im Kreis, ne? So, eins für dich und eins für dich. Schön aufgeteilt. So. Oh shit. Okay. Was haben wir hier drin? Monstruss Lunge und Glaucoma. Ja, komm. Für den Shotgun, für den Shotgun-Effekt. Für den Shotgun-Effekt. Vielleicht krieg ich ja auf ihm jetzt, ähm, den Brimstone. Dann haben wir ne Brimstone-Shotgun. Das ist doch auch cool. Wir haben leider keine Bomben. So. Ich muss nur dran denken, zwischendurch auch immer mal den... Der Vorteil ist, ich schieße Tränen. Was nimmst du mit? Ich schieße Tränen, ähm... Nimm mal Gappys Porn mit. Nimm mal Gappys Porn mit. Wir haben jetzt zwar keine roten Herzen mehr, aber das ist nicht schlimm. Äh, wir schießen, äh, jetzt immer Tränen, auch wenn wir den Schuss aufladen. Und das ist der Vorteil an den beiden Charaktern. Geld für den Shop ist immer wichtig. Was haben wir hier? Magician. Magician ist sehr cool. Würde ich dann gleich aber noch auswechseln, dass Jacob das nimmt. Ich probere kurz die Zeit. Wir sind bei neun Minuten. Und das heißt, wir haben die Hälfte der Zeit schon verballert. So. Gibt mir auf jeden Fall mal das Geld hier. Gibt mir auf jeden Fall mal das Geld hier. Geldtechnisch sieht es doch schon mal ganz geil aus. Lebenstechnisch nicht so wirklich. Aber das ist immer mein Problem mit Jacob und Isao. Ich krieg kein Leben. Ich geh mal in den Bossraum. in der Hoffnung, dass ich jetzt keinen Devil-Deal bekomme. Tatsächlich. Oh shit. Sondern einen HP ab. Einfach nur einen HP ab. Kein Devil-Deal. Jetzt muss ich reinschauen. Das ist Gappis Collar. Es wäre zwei von drei Gappi und ich kann es nicht mitnehmen. Ich wollte keinen Devil-Deal haben. Nicht hier. Nicht in dieser Ebene. So, Isao. Du musst jetzt ein bisschen vorgehen. Du bist jetzt, du bist jetzt Führungskraft. Warum war mir das klar? Das ist dieser Moment, wenn du einen Shop brauchst und Greed bekommst. So. Es ist einfach dieser Moment, wenn du einen Shop brauchst und Greed bekommst. Ganz ehrlich, das würde ich gerne machen. Kann man auch zu schießen. Able, du auch. Okay. Okay, okay, okay. Vorsichtig hier. Moment, 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 Moment. Geh du mal hier hin. Damit ich... Ich will ein HP ab. Das Einzige, was ich will, ist ein HP ab. Ich will noch nicht mal irgendwie ein fettes Damage ab oder so. Ich will doch nur ein HP ab. Das ist, also wirklich, wenn ich keine HP ab haben möchte, dann kriege ich... Dann kriege ich HP ab, HP ab, HP ab. Kein Damage ab, nichts. Wenn ich Damage brauche, jetzt brauche ich mal ein HP ab. Und ich kriege es nicht. Ich brauche einen Shop und ich kriege ihn nicht. So. Ich will den Devil Deal nicht haben. Ich bekomme ihn. Es ist, also... Heute ist Gegenteiltag. Boah, ich hätte jetzt absolut... Also, so ein Ranger ab... Kein HP ab jetzt bitte im Itemraum. So ein Ranger ab würde ich schon feiern. Okay. Spacebar-Items existieren. Ja, und jetzt kommt noch dazu, dass... Dass es mit dem, ähm... Boss-Rush auch immer schwieriger wird. Nimm mit. So. Naja. War das denn Christian, die ich nicht rankomme? Das ist doch mal ein Start. Au. So, vielleicht sind es die Eistränen. Ja, ich habe jetzt... Ich habe jetzt mich dazu entschieden, ein bisschen den A-Key zu drücken, bis wir was Interessantes bekommen. Ähm. Ich mache das nicht bei jedem Charakter. Oh, das ist... Das ist sehr nice. Das ist sehr nice. Das nimmst du mit, damit du schon mal ein HP abhast. So. Bitte lass es Eistränen sein. Es ist Soll. Soll ist... Eigentlich... Wenn wir mal ehrlich sind. Ganz geil. Wenn wir in den Boss-Rush wollen. Ah, Isao macht jetzt guten Damage tatsächlich. Auf geht's. Rein da. Das ist nur Pin. Und jetzt... Gib mir, was ich brauche. Gib's mir, wie ich's brauche. Jetzt kriege ich die HP-Ups. Ist okay. Nimm mit. Nimm mit, mal Bester. Mein aller, ja, du das da. Nimm mit. Nimm mit. Alles cool. Ich werde nicht verrückt. Bei der EZ-Kopp und I-Sau. Auf zum Boss. Let's go. Oh ja, gib mal. Ähm. Proptosis. Weißt du was? Komm. Nimm mit. Alles cool. Es ist... Also, Proptosis ist... Ich find's arsch mittlerweile. Ich find's sehr arsch. Aber, ey. Was man nicht alles macht, um ein bisschen mehr Damage zu machen. Und wenn ich dafür nah ran muss. Das ist scheißig. Ehrlich gesagt jetzt. Ich hab mich einfach selbst in die Luft gesprengt. Wisst ihr, wie mich das ärgert gerade? Vor allem, weil der Run, bis auf das, dass wir kein Leben hatten, war der nicht schlecht. Aber ich hab mich einfach selbst in die Luft gesprengt. Okay. 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 Na, wir gehen instant zum Boss. Flat File ist gut. Definitiv. So, jetzt gehst du bitte vor. Eins für jeden. Nimm mal mit. Wir schauen mal hier rein. Honestly, ich will mir meine Optionen in den Angel Deals anschauen. Shop wird nichts mehr. Wir gehen weiter. Ich hab hier ein Ziel. Mein Ziel ist es, nicht diesen Run auf Biegen und Brechen irgendwie cool zu gestalten. Sondern ihn zu beenden. Und zwar mit dem Boss Rush. Und wenn ich ihn mit dem Boss Rush beende und danach sterbe. Das ist scheißegal. Hauptsache, ich hab den Boss Rush. So, was haben wir denn hier? Ja, nichts. Ich muss es tun für einen Schlüssel. Ich krieg alles, nur keinen Schlüssel. Selbst alles wär besser gewesen. So. Okay. Aufpassen, dass wir nicht getroffen werden mit unserer fetten Hitbox. So. Okay. Der Vorteil ist, wenn ich nah rangehe, mach ich guten Damage. So. Sehr schön. Weiter geht's. Ich will in diesen... In diese Bibliothek rein. Dann kriegt einer die Satanic Bible und einer das Book of Revelations. Aber ich brauche erst mal drei Schlüssel. Oder Glück. Kein Schlüssel. Kein Schlüssel. Immerhin. Na, guck mal. Zwei von drei. Die Emperor. Nehme ich mit. Zeige ich euch auch noch warum. So. Einen Schlüssel sparen wir uns. Wir gehen hier rein. Habit. Okay. Flaming Tears. Ganz ehrlich. Ich würde es gerne liegen lassen. Ich würde es gerne liegen lassen. Weil ich mich kenne und mich selbst in die Luft sprenge. Weißt du was? Wir nehmen die Bibel mit. Ich nehme jetzt einfach das Anarchisten-Kochbuch mit. Ich hätte es vielleicht erst mal mit Isau einsammeln sollen. Für Bookworm Progress. Aber der Vorteil ist, ich kann jetzt perpetuell fliegen. Und kann Marm einfach töten. Und ich kann das hier machen. Ja. Und das hat sehr viel gebracht, wie wir sehen. Nimm mit. Na, komm. Wir schauen rein. Es ist Gappis Head. Auch hier sage ich, ich spare mir mein Leben. Ich. Moment. Moment. Ja, komm. So. Okay. Ich habe da gerade was gesehen und da will ich rein. Und wir haben Jacob und Isau und da kommen wir auch mit einer Bombe rein. Weil ich ja zwei Bomben da hinsetze. Sehr cool. Kann sein, dass ich meine Donation Machine jetzt nicht spreng. Warum ist es immer eine Health Down? Warum ist es immer eine Health Down? Es ist wirklich zum Kotzen mittlerweile. Also, Leute. Also, seht es als Jammern auf hohem Niveau an. Aber ich spiele Jacob und Isau und die erste Pille, die ich bekomme, ist eine Health Down. Achtet mal drauf. Achtet mal drauf, wenn wir das nächste Mal Jacob und Isau spielen. Ich bekomme eine Pille und es ist Health Down. Passt auf. Achtet drauf. Mark my words. Es ist immer eine Health Down. Ich habe nie Glück mit den Pillen, was das angeht. So, erstmal dich und das war es mit unserem Deal. Nee, war es nicht. Okay. So, die Flat File muss ich behalten. Definitiv. Rotes Herz. So, mein Jutes, da geh du mal vor. Weißt du was? Komm, wir gehen zum Boss. So, mein Jutes, da gehst du mal vor. Wer hat weniger Range? Ach komm, nimm einfach mit. So, mein Jutes. So, mein Jutes. So, mein Jutes, da gehst du mal vor. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich muss so unglaublich aufpassen, dass ich gerade nicht draufgehe. Ich bin nämlich fast tot. Nächster Try. Ich habe es euch angekündigt. Ich gehe hier nicht raus, ohne einen Boss Rush geschafft zu haben. So. Der Hierophant. Ich würde es gerne tatsächlich erstmal liegen. Oh! Oh, nimm mit. Nimm mit, Jacob. Du hast zwar den wenigeren Damage, aber darauf können wir aufbauen. Darauf können wir aufbauen, mein Freund. Oh mein Gott, darauf können wir sowas von aufbauen. Okay. Pass mal auf, ich muss das ein bisschen cleverer machen. Ich muss das so machen, dass ich hier schneller wegkomme. So viel dazu. Ich hätte es besser so gemacht, wie ich es ursprünglich vorhatte. Dann komme ich da oben an die Dinger gar nicht erst ran. Ist okay. 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 Jacob, du bist jetzt der Goat. Du bist jetzt der Goat. Das brauche ich gar nicht. Ich sage es euch ganz ehrlich. Ich brauche den School Bag nicht. Und auch wenn ich das Geld jetzt habe, ich werde den School Bag nicht mitnehmen. Ich werde den School Bag nicht mitnehmen. Weil es bringt mir nichts. Ich spare mir das Geld lieber für was Besseres. Des Options oder sowas. Er charged nur zweimal. Er charged nur zweimal. Lass mich raten. Es ist ein HP down. Es ist ein HP up. Hätte ich das gewusst, hätte ich es mit Isao mitgenommen. So, was auch bedeutet, Isao, du bist jetzt in der wunderschönen Situation, dass du... Oh, ich hätte einen Schlüssel aufheben sollen. Ich hätte einen Schlüssel aufheben sollen, dass du ein anderthalbes blaues Herz hast. Wir sind immer noch in der ersten Ebene. Scheiße, ich muss mich beeilen. Haben wir einen Schlüssel im Shop drin? Haben wir einen Schlüssel im... Ja, haben wir. Au, oh. Sorry, Isao. So. Du nimmst Telepathy for Dummies mit. Und du nimmst das Book of Belial mit. Er zählt tatsächlich nur mit dem ersten Charakter, mit dem ich es anfasse. So. Let's go. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, tatsächlich. So. Müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Cursor of the Blind ist sehr kass. Okay. An die Kiste komme ich ran, sobald ich einen Schlüssel habe. In den Raum hier komme ich rein, sobald ich einen Schlüssel habe. Der wäre mir auch erst mal wichtiger. Vielleicht ist es ein HP ab. Es ist der Splitshot. Schade, dass ich es nicht mit Jacob mitgenommen habe. Ist aber nicht so schlimm. Gib mir. Bad Gas. Okay, das war... Das war risky gerade. Aber ist okay. Parasite ist sehr nice, tatsächlich. Ich würde gerne die Kiste aufmachen. The belt. Speed up. Okay. Speed up ist sehr nice. Auf jeden Fall noch ein Schlüssel, damit ich in den Job reinschauen kann. Muss ich nicht zweimal überlegen, mit wem ich das mitnehme. Sollte ich jetzt... Erst den Bossraum finden und keinen Schlüssel. Werd ich nicht in den Job reingehen. Ja. Werd nicht in den Job reingehen. Aber da könnte Birthright drin sein. Ja. Komm, dann sparen wir die Zeit in den anderen Ebenen. Das ist definitiv nicht Birthright. Mums Bracelet. Let's go. Auf zum Boss. Und dann müssen wir ein bisschen reinhauen. Dann müssen wir ein bisschen... Dann müssen wir ein bisschen schneller machen. Oh. Oh. Moment. Das ist der Small Rock. Wir gehen weiter. Ich werde jetzt nicht in den Devil Deal reingucken. Ich... Ich sehe sowieso meine Items nicht. Okay. Little Chabatoo. Let's go. Nächster Boss. Zwei. Drei. Und down. Gib mir das HP ab mit ihm. Und wir gehen weiter. Let's go. Schnell. Beeilen. Magician musste ich jetzt einmal kurz ablegen. Wieder neu aufsammeln. Für, ähm... Esau. Weil wir, äh... Logischerweise, die Magician auf, äh... Jacob nicht brauchen. Weil wir da das, äh... Telepathy for Dummies Buch haben. Ja. Und wenn ich dann in den Boss Rush reingehe. Und hab ne Magician Karte auf dem einen. Und das Telepathy for Dummies auf dem anderen. Habe ich einfach für beide, ähm... Homing Effekte. Das ist ne Undefined Pill. Die nehm ich nicht mit. Hemolakria. Ähm... Hemo würde ich gern mit ihm mitnehmen, tatsächlich. Weil er Splitshot hat. Das ist Piep. Das ist nicht Bloat. Oh, ich krieg die 24% Chance. Ich krieg die 24% Chance. Oh, das ist huge. Das ist huge. Weil ich jetzt das hier machen kann. Ich, ich werd jetzt das Book of Belial ablegen. Aber. Ich hab jetzt auf jeden Fall gut. Ja, dann brauch ich auch nicht in den Shop rein. Ich hab jetzt auf jeden Fall gut, ähm... Lebensregeneration. Äh... Nimm du. Mann, wir werden jetzt auf jeden Fall einen Harbringer bekommen. Ja, ich will keine Active Items mehr. Ehrlich gesagt. Au. Au. Angel. Du darfst fliegen. Cards of the Lost. Natürlich, ich sehe meine Karte nicht. Aber, äh... Mein Glück ist ja sowieso heute, ähm... Nicht sonderlich hoch. Auch wenn der Run gerade tatsächlich sehr, 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 sehr geil aussieht. Undefined Pill... Gulp? I can see forever. Das ist, das ist nice. I can see forever ist nice, wenn du ne, ähm... Wenn du den Cards of the Blind hast. Äh, Cards of the... Du siehst die Karte nicht Lost, heißt es. Ne, Hellstown. Das war doch eigentlich klar, oder? Das war doch eigentlich klar, dass wir noch ne Hellstown fressen, oder? Die Frage ist, es dürfte nicht der Secret Room sein, das müsste der Super Secret sein. Ich muss mich jetzt tatsächlich aber trotzdem ein bisschen beeilen. Das war sehr nice. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Äh, the character who picks up the item gains copies of three of the other characters' Passive Items. Das heißt, ich müsste es hier machen. Und ich krieg auch Flight. Sehr schön. Ich krieg auch Flight. Sehr, 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 sehr nice. Oh, ich kann mit beiden fliegen. Ich muss, ich muss mir die Zeit hier kurz nehmen. Ich musste mir die Zeit hier kurz nehmen. Oh mein Gott. Äh, nimm du. Einer von uns beiden kriegt kein Damage mehr durch, äh, Bomben und Explosionen. Der andere muss gucken, dass er jetzt zum Boss kommt. Scheiß mal auf die Items, die da drin sein könnten. Oh, ist auch so angenehm mit beiden fliegen zu können. Aua. Es ist so angenehm mit beiden Charaktern fliegen zu können. Aua. Immer wenn ich das sag, krieg ich Damage. Es ist angenehm mit beiden Charaktern fliegen zu können. Kein Damage gekriegt gerade. Ah ja, kommt die Late, okay. Warte, andersrum. Er muss mehr Damage machen hier. Zack. Und dann hier einmal sprengen. Und das ist dann was für dich, weil mit, äh, Esau brauchen wir nix mitzunehmen. Ähm. Honestly. Huch. Das war so nicht geplant. Honestly, gib mir den Odd Mushroom. Gib mir den Odd Mushroom mit ihm. Tschüss. So. Nur einmal ganz kurz warten, bis unser Magician-Buch voll ist. So, sehr schön. Das ist bloat. Au. Au. Shit. Ich darf jetzt nicht zu viel Damage fressen, ne? Oh, ich hätte Libra mitnehmen können, ne? So. Puh. Diese Folge macht mich fertig, Leute. Diese Folge macht mich fertig, aber wir werden's schaffen. Wir werden den Boss Rush schaffen. So. Wo ist der denn? Da oben. Ich schieße die ganze Zeit einfach nur blind rein. Daran denken wir mal, unser Leben mit, äh, Esau aufzufüllen. So. Okay. Dingel ist da hinten irgendwo. Aber das macht nix. Wir haben den Boss Rush gleich geschafft. Mir geht's nur um ein Item, was ich freispielen möchte. Und weil das mein absolutes Lieblings-Item ist. So. Hier müssen wir vorsichtig sein. Er ist nämlich sehr random. Und lokal. Loki, Loki, Loki. Loki me in my eyes. So. Okay. You're dead. You're dead. You war. You're not dead. You war. Oh my god. Let's develop. Rock bottom has appeared in the basement. Holy shit. Rinsky, ey. Ich schieße mehr in die Hose. Boah. Boah. Schade, dass ich jetzt nix hab zum rausporten. Dann würde ich jetzt noch zu Beast gehen. Oh mein Gott. Oh. Curse of the Blind juckt mich, ehrlich gesagt, so gar nicht. Aber eigentlich muss ich diese Opportunity nutzen und zu Hush gehen. Ich muss es eigentlich nutzen und zu Hush gehen, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Okay. Birthright war halt huge, dass wir das gefunden haben und jetzt auch fliegen können. Pass mal auf. Wir gehen jetzt mal hier rein. Vielleicht werde ich ja in den Angel Deal oder Devil Deal geportet. Powerpill. Gulp. Blaues Herz. Ich komme auf jeden Fall raus, ohne Damage zu fressen. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Wir müssen auf jeden Fall nach oben. Ne, wir müssen nach unten, ne? Wir müssen nach unten. Wenn, dann nach unten. Okay. Dass ich mich aber auch so hart konzentrieren muss bei diesem Charakter, ne? Mach du mal. Du kannst nämlich dich immer wieder auffüllen. Du nicht. Deswegen nimmst du die Herzen mit. So. Oh, dass wir beide fliegen können, ist so nice. Okay, let's go. Ist auch gut, dass wir keine Active Items mehr bekommen, wenn ich ehrlich bin. Ja, komm, nimm mal mit. Ferti, ferti. Moms Pratsche Pfoten. Die mich warum auch immer getroffen haben. Kam aber auch früher runter, als ich es erwartet habe. Tears Up, Speed Down. Tears Up ist nice. Moment mal, wenn wir aber preventen, dass keine Active Items spawnen, was kriege ich jetzt hier? Nimmst du mit? Ball of Bandages. Ah, natürlich. Oh, huge. Huge. Ich muss nur einen besiegen. Oder? Ja. Ja. So. Nimm mit. Mega Satan, it is. Let's go. Ah. So. Ah, Freunde. Es ist halt wirklich... Ich muss mich so unglaublich hart bei diesem Charakter konzentrieren. Weswegen es mir leid tut, dass das so viel Fast Forward ist und so. Es ist auch nicht einfach für mich. Wir werden das noch öfter haben bei anderen Charaktern. Zum Beispiel bei Tainted Lost. Ich sag's euch ganz ehrlich. Selbst Lost finde ich nicht so schlimm wie Jacob und Isau. Ja, Lost ist schwieriger in der Hinsicht, dass du mehr aufpassen musst, nicht getroffen zu werden. Aber Jacob und Isau ist diese... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was das bei den beiden ist. Ich weiß es wirklich nicht. Gott sei Dank habe ich das blaue Herz mit dem richtigen Charakter gerade eingesammelt, ne? So. Lass mich nach oben. Ich muss... Ich will zu Hasch. Ich sag's euch, wie es ist. Ich will zu Hasch. Oh, die Chance auf Delirium kriegen wir noch, wenn ich bei Mega-Satan war. Voraussetzung ist natürlich, dass wir die alle erstmal besiegen, ne? Das ist vorausgesetzt. Irgendwas ist hier gerade mit meinem Browser passiert und ich hoffe, dass die Aufnahme noch läuft. Ja. Hat nichts mit dem Browser zu tun, aber... Vorsicht ist besser, als sich auf die Schuhe zu kotzen. So. Let's go. Wir haben auch Spectral Tears. Das ist halt auch sehr nice. Das ist... Weg mit dem Browser. Weg mit den Viecher. Weg mit dem Browser. Die sind schon in der Muddy-Ebene. Ich habe jetzt zwei Minuten Zeit, um Muddy zu besiegen. und um mir den eventuellen Devil-Deal anzuschauen. Angel-Deal, besser gesagt. Ich würde eher den Angel-Deal nehmen. Aber wir sind schon sehr angelic gerade. Ja, ich habe mit Absicht mein, ähm, mich eingesetzt. Oh, das ist so nice. Das ist so nice. Ah, Blood of the Mertier. Nimm mit. Auf nach unten, wollte ich gerade sagen. Ich wollte sagen, auf nach unten. War auf dem Weg nach oben zu gehen und habe vergessen, dass wir zu Hasch wollten. Ah, okay. Mach mal auf. Blackheart. So, mach mal auf. Ganz viele Bomben. Ähm... Ach, stimmt. Ich habe ja... Mom's Ring. Mitnehmen. Mother Transformation. Ansys. Nehmen wir auch mal mit. Ähm... Nehmen wir auch mal mit. Wir gehen hier rein. Intruder. Nehme ich mit mit ihm. Ähm... Du hast mehr... Das wird lustig. Das hätte ich im anderen Raum auch machen können. Die Sache ist nämlich folgendes. Ich kann jetzt den hier machen. Und bin dann einmal komplett full life. Und das ist nice. Let's go. Jacob und Isao versus Hasch. Jetzt eine Magician-Karte, ne? Geh du mal nach vorne. Du kriegst weniger Damage. Auch wenn der andere sich regenerieren kann. Immer mal wieder. Aber nicht während dieses Kampfes. So. Ich habe euch gesagt, Leute. Ich werde diese Folge nicht beenden, bevor wir hier nicht den Boss Rush haben. Den Boss Rush, den haben wir jetzt. Und die 3-Dollar-Bill, die wird sehr lustig. Und ich mache sehr geilen Damage eigentlich. So. Okay. Let's go, der Hase. My reflection. Ich komme gerade gar nicht mehr klar. So. Okay. Ja, ich gehe auf die 50-50 mit Delirium. Ich gehe auf die 50-50 für Delirium nach dem Kampf gegen Mega-Satan. War das der erste Damage, den ich gefressen habe gerade? Nee, war es nicht. Alles klar, Freunde. Vanishing Twin has appeared in the Basement. Gut. Auf nach unten, ne? Boah! Geiler Run. Ich sage es euch, Leute. Oh mein Gott. Es hat lang gedauert, bis wir hier in diesen Punkt gekommen sind. Aber es hat sich gelohnt. Und das werde ich jetzt sowas von mit, äh... Isao mitnehmen. Das werde ich jetzt sowas von mit Isao mitnehmen. Für die höhere Tears-Rate. So, Isao. Du bist Isao. Nimm mal mit. Ähm... Ist egal, mit wem ich es nehme, weil beide Full-Life sind. Ich hatte, ich glaube, noch nie so viel Leben in einem, äh, Run mit Jacob und Isao. So, wo muss man hin? Nach da. Ich würde allerdings auch gerne in beide Secret-Rooms. Okay, let's go. Ja, unser Speed ist ein bisschen Arsch, aber das ist okay. Ähm... Machen wir mit dir. Du kriegst... Gut, ich mache es trotzdem immer wieder beim Reingehen noch, aber das macht nichts. Komm, beim Rausgehen kriege ich ein halbes Herz Schaden. Das ist okay. Ich hätte es mit Jacob machen müssen. Damit Isao machen müssen. Weil ich mich dann wieder hätte vollheilen können. Oh, warte. Was haben wir hier für eine Pille? Äh, Karte. Strength. Nimm mal mit. So, ich bin wieder Full-Life. Sehr schön. Ich bin wieder Full-Life. Sehr schön. Ah, ich wisst ihr, ich habe gerade überlegt, so... Ja, vielleicht... ...ein, ähm... ...ein R-Key, aber das ist ein Active-Item. Wir spawnen keine Active-Items. Ich habe... Ähm... ...gegulbt, dass wir keine Active-Items bekommen. Also das Trinket gegulbt, und zwar mit beiden. Ich merke gerade übrigens, wie wenige Items ich mit Isao-Bed dabei habe und wie viele ich mit Jacob mitgenommen habe. Ja, Mutti hat kein, ähm... ...Favorite-Child, ne? In dem Fall Foxy hat kein Favorite-Child. Ah, das könnte man eigentlich für ein paar Trinkets machen, ne? Das könnte man für ein paar Trinkets machen. Oder um sich nochmal ein bisschen voll zu heilen, wenn es sein muss. Ich bin gerade ein bisschen weit weg vom Mikrofon gerutscht. Ah, ha, 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 ha... ...Cracked Crown. Cracked Crown nehme ich mit. Strength auch mit ihm. Ne, das ist eine Tour of Diamonds. Okay. Emperor. The Lovers. Was? ähm, warte mal, das ist das Sun ich würde schon gerne was auch immer ich gerade für einen Fehler gemacht habe aber wartet mal, wir nehmen natürlich hier wieder Telepathy for Dummies mit ich würde gerne mit dir den Tapeworm mitnehmen und mit dir die Cracked Crown weil dann kriegst du den Stat Booster ähm, mehr brauchen wir hier gar nicht zu holen mehr brauchen wir hier gar nicht zu holen aua so okay noch ein bisschen Geld das Sun können wir gleich mitnehmen für die, äh Dingensebene für, für ihr wisst, was ich meine für die Chest au ist okay der Boy kriegt nur ein halbes Herz Damage boah okay bevor hier übrigens jemand wieder sagt du hast Item Luck ja, das liegt also, das liegt daran, dass ich am Anfang R-Knopf benutzt habe bis wir mal Red's Dew has appeared in the basement bis wir mal was cooles gefunden haben so, Curse of the Maze was haben wir hier alles ähm Money equals Power würde ich gerne mitnehmen tatsächlich das Sun so einer von euch beiden weißt du was nimm du so damit es nicht heißt ich bevorzuge irgendeinen Charakter von den beiden so so okay stirb und stirb sehr schön wir wollen natürlich in den Secret Room es ist ein One Up komm, nimm mit nimm mit der andere Dude bekommt weniger Damage als du so okay ich mein Lamp wird relativ easy I found Pills Experimental Pill nimm mir beides nicht mit ich hasse diesen Gegner weil der so unglaublich tanky ist und diese unglaublich beschissene unfaire Attacke macht okay ich muss mir auf jeden Fall einen Raum aufheben äh mit dem ich mein ähm Space Bay Item gleich wieder auffüllen kann mein Telepathy for Dummies au au ja mein Damage ist gut aber meine Geschwindigkeit ist nicht so gut aber das macht nichts au und was haben wir hier Ghost Baby Ghost Baby nehmen wir einfach mit auf geht's Lamp the lamp Adam Lambert so aber der größte Kampf steht uns noch bevor nein kein Victory Lab kein Victory Lab der größte Kampf steht uns noch bevor der gegen uns selbst so eine Aufladung bitte da haben wir so wow ich krieg grad viel zu viel Damage ich bekomme viel zu viel Damage okay sehr cool wir haben kaum Items gekriegt auf dieser Ebene aber das ist so wow wow ich war da Leute ich war vor Mega Satan und bin einfach wegteleportiert worden ne ich hasse Curse of the Maze gib mir wenigstens es ist ein relativ einfacher Raum so das Widger Board wäre nochmal Tears Up ne pass mal auf eigentlich müssten wir es machen für's Tears Up für's Tears Up machen wir das okay das sollte jetzt ehrlich gesagt nicht das allergrößte Problem sein außer ich Choker natürlich ne okay wir dürfen einfach nicht choken wir dürfen einfach nicht choken so okay als Welle warten nur noch die Engel auf uns so ich seh das zum ersten Mal Mega Satan hat ein extra Leben da unten stehen seht ihr das weil der spawnt ja jetzt gleich neu ach ne das ist das ist nicht Mega Satan das ist Jacob und Esau okay wäre aber lustig oh jetzt Shield of Tears ne jetzt Shield of Tears das wär's au nicht zu viel Damage fressen die Flammen machen das ganz gut gerade kurz näher ran wegen dem Stat den ich gerade gekriegt hab Feuer bitte danke aua so komm gib mir Delirium gib mir Delirium lass es mich nicht bereuen dass ich nicht nach Hasch zu Delirium gegangen bin aua komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon gimme 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 nein ach schade aber Damukles has appeared in the basement Illusion Baby has appeared in the basement oh mein Gott das war so ne harte Geschichte das war so ne harte Nummer wir haben 1, 2, 3, 4 4 Endings geholt ne 1, 2, 3, 4 5 Endings boah ich wollte nur Rockbottom freischalten Freunde wenn euch das Video trotzdem gefallen hat lasst gerne ein Däumchen nach oben da wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bis dahin haut rein und ciao ciao ach ja Endcard ne ihr kennt das Spielchen ne ihr wisst wo ihr zu klicken habt klickt euch gern durch ah Delirium wäre schon nice gewesen gerade aber man kann nicht alles haben das war so